Hallo meine zukünftigen Zuschauer und willkommen auf dem Kanal PaybackTube. In diesem Video möchte ich euch kurz erklären, was ihr euch auf meinem Kanal ansehen könnt und was euch auf meinem Kanal erwartet. Vorrangig bin ich Nintendo Let's Player, bedeutet also ihr werdet verhäuft Computerspiele wie Legend of Zelda oder Super Mario hier sehen können. Ich gehöre aber nicht zu den aktuellen, sondern ich begrenze mich eher auf die älteren Spiele und Konsolen wie zum Beispiel das Nintendo 64. Allerdings habe ich mir zum Ziel gemacht, alles mögliche auf dem Kanal hochzuladen. Es gibt beispielsweise das Format Woanders auf meinem Kanal, welches das letzte Mal im dritten Quartal 2015 ausgestrahlt wurde. Das soll sich 2016 ändern, vor allem weil ich mir mittlerweile eine etwas geeignetere Kamera für so etwas geholt habe. In Woanders bereise ich Orte größtenteils mit dem Fahrrad und meistens aus Mecklenburg-Vorpommern. Zurzeit gibt es Videos von Bütze, Neubuko, Schwerin und Gardebusch. Dieses Jahr folgen hoffentlich Großstädte wie Rostock, Hamburg und Lübeck und das Ganze in besserer Qualität und 60 FPS. Meine Let's Plays sind nur in 50 FPS. Es sei aber gesagt, dass ich ziemlich unregelmäßig Videos hochlade. Letztes Jahr war alles noch mit einem Uploadplan geregelt, den gibt es jetzt aber nicht mehr. Es ist davon auszugehen, dass ich mich 2016 ans Logging heran wage, auch wenn man woanders schon als Log bezeichnen könnte. Es liegt an euch, ich hoffe, ihr auf meinem Kanal bleibt. Viel Spaß. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir laufenπεre.